Oh, Alter, da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Wartrak, du siehst, die Flamme ist wieder ausgegangen. Ja. Aber ich werde es, also, dort gehe ich jetzt hin und zünde hier irgendwie eine Flamme an. Und dann sehen wir, da brennt ein Feuer. Und dann müssen wir wahrscheinlich da auch ein Feuer anzünden. Nein. Ah! Kombinationsrätsel. Ja. Ganz oben, Wartrak. Oben. Okay, dann das daneben. Moment, warte mal. Nee, nee, nee. Die, wo Gecko steht. Genau. Äh, jetzt die da drüben und dann die oben. War nicht schwer. Das ist ein Fettangraben. Uh, nice. Entenstab? Oh ja, ich will den Entenstab. Entenstab. Schöne Ente aus feinem Holz geschnitzt. Ein eleganter Stab für zivilisierte Zeiten. Hoher Bonus zu Kälte, Wasser und Dampf zaubern. Schwächt Feuer und Blitzzauber erheblich ab. So, ich würd's mal sagen, dass wir das anders gemacht hatten, das Rätsel. Wie denn? Wir haben alle auf einmal angezündet. Zu fünf? Ja. Man kann das Spiel nur mit vier Spielen spielen. Nee, das geht, das geht aber. Ich zeig dir auch gar nicht, wie es geht. Ah, ja klar, natürlich. Wir haben vier davon abgedeckt und zur anderen sind wir hingerannt. Naja, nee, so lass ich nicht. Jetzt haben wir ja nur zwei, drei. Wir müssen schon anders regeln. Aber zu dritt kriegen wir's auch hin. Du stellst dich in die Mitte, ich zünd den ganz oben an, dann die Unterneufeier. Hä? Ja, wenn du zu zweit kriegst, gibt man's auch zu dritt hin, ja. Ja, ich hab rausgefunden, den haben wir irgendwann bekommen. Den hab ich auf der drei. Ich hätte den aber lieber auf der vier. Nee, lass mich sterben. Hey, warum kannst du mich sterben lassen? Ah, soll ich nicht sterben. So will ich nicht sterben, sagte er. Und starb. Als ob es mich interessieren würde. Ja, stört mich nicht. Ich kann nicht nass werden, dafür brenne ich. Och, schüttel. Wir wollen nach Wannheim. Wir sollen nach Wannheim. Warte mal. Verdammt. Man kann einfach so durchgehen. Ich bin nicht mehr nass geworden. Eigentlich wüsste auch Eis. War Gott ein Rachefehler. Bei uns haben wir das wirklich vereisen können. Achso. Das Element Feuer. Zweifel einfach weiter relevant dazu, das macht das Spiel viel lebendiger. Das Element Feuer bewirkt erheblichen Schaden und setzt die meisten Einwohner Midgards in Brand. Meins stimmt aber irgendwie nicht. Magics, die... Naja. Bei mir stand jedenfalls, dass Magics, die wir in einer Kampagne freispielen, nur in dieser Kampagne verfügbar sind. Und es gelten immer die, die der Host hat. Aber in meinem Fall bin ich am weiterer als er. Nicht der Host hat trotzdem alle meine Magics. Ich finde übrigens, man sollte es Magikin nennen. So wie es im Tablet-Spiel heißt. Ich habe Probleme. Oh. Achso, das sind deine. Hey, nicht töten. Nein, du bist... 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 Lass mal ihn einleben. Gut. Den müssen wir aber auch im Leben halten, ne? Kroger. Schnell in den Rennen. Yes. Schnell dahinter leben. Leben! Dahinter! Dahinter! Genau. Ja, sonst, gut, ich halte sie voll. Ich fang das ab! Kein Ding! Ich fang das ab! Kein Ding! Ich halt das aus! So, dann kann ich einfach reinrennen. Voll reinrennen, sagst du? Ich hab mich grad selbst eingefroren. Sie brennen eigentlich alles in. Na gut, voll voll! Au! Hat nicht wirklich geklappt. Nein, das war die falsche Richtung. Ich hab mich draufgegangen. Gecko auch gleich. Oh Gott! Oh Gott! Wie? Warum zündet ihr mich an? Machen wir gar nicht, wir können nicht nur runter. Chill down! Oh mein, ich hab doch ein Schwert, ne? Jetzt, wo der Typ tot ist. Was? Braust mich nicht löschen. Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, da liegt ein Schwert im Wasser. Nicht einfrieren! Ich wollte ein Schwert haben! Dann kannst du dich einfach einfrieren. Wow! Fünf Schwert da! Fünf verdammte... Ich weiß gar nicht, ob da Schwert... Ne, ist ein Quälen, okay. Oh, ich lebe wieder. Ich sollte weglaufen. Sterbe ich eigentlich, wenn ich da rein springe? Nein, okay. Das Schöne ist... Ich kann hier drinnen Blitzzauber wirken. Was für die Gegner nicht so gut ist. Oh Gott, wir müssen auch wegen den Gleiter wechseln. So kann ich dich nicht aufnehmen. Die was wechseln? Was müssen wir wechseln? Das ist ja geil. Ich mag den Geist. Ich mag den Geist. Ich mag den Geist. Verdammt. Was wird das? Ha, bloß gut, dass ich nicht nass werde. Ich werde auch nicht nass. Ich werde auch nicht nass. Was? Moment, ich habe mich in dem Moment teleportiert, als ich gestorben bin. Auch mein Schild ist ausgelaufen. Ich habe meinen Monster getriggert, ne? Ein Monster? Was für ein Monster? Das da. Genau, gib ihm Lebensbunden. Es schießt auf euch. Es schießt auf euch. Surrender! Hallo! Das ist voll gut an diesem Position. Oh, Marc, jetzt was passt. Ihr habt so Probleme, wisst ihr das? Ich gehe im Wasser landen. Da ging es übrigens gar nicht runter. Echt? Okay. Oh, der ist groß. Oh. Das hat mich doch noch anguscht. Los! Los, 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 los! Feuers! Das war tot? Äh... Ey, ich lebe doch! Ich hab's überlebt! Ja, Mafi! Jetzt bin ich tot. Du tot, ich leben! Äh, andersrum! Du leben, ich tot! Nein! Sehr schön! Ich hab hier gesagt, ich äh... Hey, siehst du doch nicht? Ich hör doch nicht zu! Ach, nun war das fast ja gar nicht zu. Das war ja das andere. Wie? Ich hab doch geschossen. Warum hat er mich schon getötet? Der dürfte mich gar nicht töten. Was soll denn dieser... Hm? Nein! Oh! Ich sollte vielleicht... Oh, hier oben sind Wölfe! Ja. Au! Mein Schild ist ausgelaufen. Wir müssen die Schamanen darin töten. Was machst du da hinten? Ich mag das da. Nicht im Weg stehen, Wartrag. Wart. Ich will den Hammer mit dem. Oh ja, bitte. So, warte mal, jetzt müssen wir jetzt mal gucken, dass wir alles erkunden. Ich erinnere mich an einige Stellen. Naja. Irgendwie wird man hier nicht gut drauf hingewiesen, wenn es irgendwie Magik hingibt, finde ich. Also, man weiß gar nicht, dass man jetzt eine Magik hat. Ah, guck mal hier übrigens. Das ist ein Schnerd. Ein Elch! Der erste Elch! Das ist ein Schnerd. Schnerd? Ja. Ein was? Ein Schnerd. Was ist ein Schnerd? Du lest das Schild, dann weißt du, dass es ein Schnerd ist. Ich hätte es übrigens auch lesen können, ohne dass du es tötest. Achso. Das wäre aber der Witz nicht so cool gewesen. Du hast es ja... Ich habe die anderen beiden noch nicht gefunden, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, ich hätte doch mal einen N gefahren. Oh Gott. Acht Minuten, das kriegen wir hin. Was? Was? Was hat mich da unten getötet? Leben, Leben, Leben. Vier. Ja. Ritz, ritz, ritz. Ritz, ritz, ritz. Spindee, holl kommst du da. Warte, Mann! Lass weiter! Lass doch nicht stehen! Beweg dich! Es bleibt weg, also... Ich habe mich das eigene vor. Ich kann nichts für machen. Ich habe mich das eigene vor. Moment, 7800. Ich mache gerade gar nichts und es spießt, glaube ich, gerade überlaut. Oh, genau. Wenn sie alle auf Mafi gehen, dann können wir eventuell den Rest... Nein, 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 das war die falschen... Okay, wir müssen das jetzt mal ganz schnell klären. Kannst du einfach dazukommen, wenn du es neu startest? Ich weiß es nicht, glaube ich nicht. Versuch es mal. Ansonsten spielen wir wenigstens noch dies hier zu Ende. You shall not pass. Aber für die Leute, die mir noch zuschauen, jetzt noch wo die schwarzen Karte kostet... Ich habe Konfetti. Peng! So, jetzt hast du dich gerade selber getötet, das hast du verdient. Ich will gewöhnen. Okay, ich bin tot. Gecko von Gecko. Ich drücke hier auf die 4. Ganz schnell. Ich habe auf der 4 was anderes. Ne, ich kann euch nicht beitreten. Ihr habt aber auch gar tot. Aber ich kann euch zuschauen, so. So, so, tot, tot. Nein. Ich würde sagen, das wird jetzt einfach eine kürzere Folge. Weil ihr jetzt das Level komplett nochmal starten und alles. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Magica 2. Es ist spät, ich bin traurig. The Vardrag möchte meine Übertragung ansehen, darf er aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.